Genau, statt dass wir hier nochmal anvisiert. Hallo? Hallo? Suche Jet. Ja genau, du kleine Pisser. Du kleine Pisser vor allem. Ach komm. Kann ich auf was anderes gehen? Ich kann nicht mehr reden. So sehr ist das ein Blödsinn. Da war er kurz. Ja komm. Wo ist er jetzt? Da, 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 da. Nein! Er ist kaputt. Konzentrieren. Wiß da wo was da fährt was? ich sehe nix so wo ist er jetzt hab ich eigentlich markiert ihr habt da ja klar ist heute nicht anvisieren unter der brücke was macht das kaputt okay dann reden wir wieder ein raketenauto da raketenauto das teil du das ist vielleicht ein arsch da ich bin ich dauernd 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 so wo ist er und noch getötet wird man so kurz mal nachladen ach ist nachgeladen so wie ist jetzt die lage ich bin jetzt hier alleine irgendwo in der pampa rakete ist unterwegs oder auch nicht lalala 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 und gehe ich da mal hin ist nix los hier oder wars Irgendwie nicht will keiner den doch da war was da war was Einfach wird drauf losgeballert und getötet Und zerstört Da war ich wohl schneller Muss weg Ich gehe mal nach Ich bin heute von irgendwo an visiert und ich habe keine Ahnung von wo Es kommt gerade ein bisschen an Ich habe noch was überfahren Klingt wie ein Roadkill Ich bin nur rückwärts gefahren Da ist mein Auto Das ist ja einfach kaputt machen Ist wohl ein Eisiger Muss ja irgendwie lang Ich sehe nix Hallo Da will ich lang Und jetzt hoch Und jetzt hoch Brava Panzer Ja So Da kann ich nicht durch Wo könnten wir nochmal hinfahren Im Prinzip könnte ich auch hier hinstellen Einfach den Posten verteidigen Weil die eh hier alleine hinlaufen werden Gar keine so schlechte Idee Ich bin bereit Da bin ich der typische afk-panzer Oh da kommt ein Habe ich eh nicht erwischt So La 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 Ich bin happy Unfähig gemacht Zerstört Repariere ich meinen Patser mal schnell nebenbei Nicht dass der jetzt explodiert hier Heile machen Heile machen Heile machen Das ist doch mein Job Muss einsteigen Gucken Aussteigen Und reparieren Gleich habe ich in heile Gleich habe ich in heile Er ist heile So Wie ist die Lage Ist hier irgendwas böses Es modiert zwar alles Aber ist hier was Wo wurde ich denn bombardiert Egal was mich bombardiert ist es schlecht Das trifft mich gar nicht Das ist Luftschiff da oben Das trifft mich nicht Das ist zu doof Ich stehe nur an der Stelle Und er trifft mich nicht Das ist irgendwie schlecht Ein Heli Ein Heli Ein Heli Ein Heli Ein Heli Ja Heli tot Das war mit dem Panzer Abgebadiert Schön hat der rückwärtsgang weil der böse Dings da mich bombardiert komm rein hier bist du sicher in meinem kleinen Kabuff so wie ist denn die Lage ist hier noch irgendwas feindliches Jet kein Panzer der hier lang rollt gar nix nur der blöde Jet wir bewachen den Posten e wir bewachen den Posten e ich guck mal ob der irgendwo ein Panzer rollt auch ja genau vor mir so zerstört und überrollen wir jetzt kommen wir wer ist los machen alle wo ist er hin hinter mir ha nicht mit mir so bewachen wir jetzt mal hier ein bisschen den Posten von hier aus ja das ist ja hier viel zu weit weg als dass ich den jemals erwischen werde aber ok ich glaube ich traue sich hier nicht mehr lang zu fliegen oder sieht nicht so aus der macht einen riesenbogen ja mach der ok hey ich werde geschossen ich mach mal rückwärtsgang am Panzerhof so schon mal getroffen einmal Autsch Auaah aaaa ich wollte gerade reinsteigen verdammt ich war ja besser obwohl es zwei waren der eine hat mich mit Raketenwerfern beschossen und der andere hat mich dann getötet war ein bisschen fies nur so bisschen das sind halt einfach so ein paar doof wie doof Männer ist einfach so 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 gerade nebenbei was und weiter jetzt panzer frei jet frei irgendwas panzer ja da aber ist am arsch der welt das wollte ich lieber bei die steigt dann gleich hier aus steigt einfach auf so und wir sind ausgestiegen schon längst seit fünf jahren ungefähr aber wir sind ausgestiegen wo gehe ich denn mal hin ich würde sagen da stand eben noch ein panzer der sich schon genommen worden ist von irgendeinem aber da stand einer ja gut